Willi Weitzel hat's geschnallt. Also, dann packen wir's. Bist du angeschnallt? Nein. Warum nein? Wir sind in der Stadt unterwegs und fahren sowieso langsam. Ja, weil glaubst du, du kannst dich in die Festhalten, wenn wir wo dagegen fahren? Ja, klar. Schnell dich bitte an. Na gut. Ich bin heute mit der Rosana unterwegs und wir wollen uns mal zeigen lassen, warum man sich anschnallen muss. Noch mal Glück gehabt. Hallo. Ich bin der Willi. Hallo, ich bin der Carsten. Und ich hab noch jemanden mitgebracht. Ja, schön. Hallo. Hallo, ich bin die Rosana. Hallo, ich bin der Carsten. Und wo sind wir jetzt gelandet? Im AZT, im Allianzzentrum für Technik. Wir machen hier Sicherheitsforschung für PKWs und Reparaturforschung. Was ist denn hier passiert? Das ist was aus der Sicherheitsforschung. Der hat einen Unfall gehabt mit der Crashbahn, das war ein Versuch. Das heißt, dem Fahrer ist nichts passiert? Nein, das war kein echter Unfall und es war auch kein echter Fahrer, sondern da war ein Dummy drin, eine Testpuppe. Ja, genau. Da drin. Hast du gesessen? Genau. Mach mal die Tür auf, ja. Oh, die geht ja kaum noch auf, die Tür. Die geht eigentlich noch recht gut auf dafür, dass der so schnell gecrasht ist. Das ist der Airbag? Das ist der Airbag, genau. Das ist der Airbag und hier ist der Sicherheitsgurt. Muss man sich anschnallen, obwohl man einen Airbag hat? Ja, muss man unbedingt, weil der Airbag erst bei den großen Unfallschweren kommt und bis dahin hast du ja nur den Gurt. Und außerdem ist der Gurt sowieso notwendig, damit der Airbag richtig funktionieren kann. Immer erst den Gurt anlegen, nie unangeschnallt fahren. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn man sich nicht anschnallt? Dann würde man, während das Auto anhält, einfach weiterfahren im Auto und irgendwo gegen das Lenkrad knallen oder was gerade kommt. Und dazu habe ich einen Versuch vorbereitet, da kann ich euch das nämlich gut zeigen. Möchtest du das sehen? Ja, ich wüsste auch, wer sich da ganz speziell für interessiert. Hier. Oh Mann, oh Mann, ich bin echt gespannt, was jetzt passiert. Du auch? Ja. Karsten! Karsten, was passiert denn jetzt genau? Also das ist der Versuch jetzt, den ich euch zeigen wollte, was passiert, wenn ein Auto einen Unfall hat. Hier ist der Insasse jetzt angeschnallt, wir lassen es jetzt da runterrollen. Zack, bleibt es stehen. Jetzt ist der Insasse ja noch schön auf seinem Sitz geblieben. Alles wunderbar. Das ist hier der Anschnallgurt gewesen. Und jetzt kommt einer, der nicht angeschnallt ist. Das Auto bleibt stehen und der Insasse fährt weiter oder fliegt weiter. Ja, aber wenn man den jetzt so anschaut, der lacht ja schon noch. Ja, schwer. Ja, jetzt machen wir hier unten das, was wir oben auf der Legoplatte gesehen haben, mit einem richtigen Versuchsaufbau. Das heißt, diese Platte, wie viel Kilo hat die ungefähr? Ja. Das sind 1000 Kilo. Das ist ein kleines Auto. Und die lassen wir jetzt gegen die Wand fahren? Die lassen wir jetzt da vorne in diese Bremse reinfahren. So ist das. Dann sollten wir aber die Rosane anschauen. Nein, 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 nein. Das machen wir nicht mit der Rosane. Nein, nein, lass gut sein. Dafür haben wir Dummies. Da drüben sind sie. Rosane, magst du einen aussuchen? Da setzt mal einen von diesen Puppen drauf. Okay. Warte mal. Wie viel wiegt die denn? 23 Kilo. So schwer wie ein Kind. So schwer wie ein Kind. Das ist hier ein echtes Kind. Boah, das ist eine genaue Nachbildung von einem Kind. So. Da merkt man auch, dass so ein Gummi kommt. Richtig. Der hat auch Gelenke. Kann seinen Arm bewegen. Und den kann man auch anschnallen. Das machen wir jetzt. So. Und wenn wir jetzt den so anschnallen, dann sehen wir schon, das passt nicht. Also so wie der jetzt hier sitzt, das ist falsch, was wir hier machen. Das darf man so nicht machen. Wir sehen nämlich, dass der Gurt hier auf dem Bauch liegt. Statt hier unten auf den Beinen und vor diesem Beckenknochen. Und wir sehen auch, dass er hier oben am Hals liegt. Was also sowohl hier im Bauch zu Verletzungen führen kann, als auch am Hals. Das ist verkehrt. Darf man nicht machen. Ich verstehe schon. Ich glaube, der Versuch soll uns jetzt zeigen, was passiert, wenn ein Kind ohne Kindersitz gegen die Wand fährt. Genau. Mitten. Wie viel kmh? Wir fahren mit 30. 30 ist also das, was du mit dem Kinderfahrrad fahren kannst, wenn du schnell fährst. Und so innerorts fährt man an die 50. Ja. Also eine ganz normale Geschwindigkeit. Da wird's jetzt ordentlich scheppern, oder? Da wird's jetzt ordentlich scheppern. Und dann schauen wir mal. Ich will euch zeigen, was passiert, wenn man sich falsch sichert. Hier gehört ja normalerweise ein Kindersitz rein. Denn dieser Gurt ist für Erwachsene gemacht. Also, viel Glück beim Aufprall. Und halt die Ohren steig. Der hat doch überhaupt keine Ohren. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Schuss! Oh, jetzt muss ich mal hin. Schon wieder die Arme hängert. Sieht doch eigentlich ganz gut aus noch. Wie vorher. Boah! Und schau mal, dieses Stahl hat's voll verzogen. Ja. Was sagst du jetzt? Ja, ganz schlecht. Schau mal hier, der Gurt ist im Bauch. Das ist das, was ganz, ganz gefährlich ist. Was heißt im Bauch? Der ist hier im Bauch. Siehst du den? Der Gurt? Ja. Der ist in den Bauch reingerutscht, weil er hier über die Knochen drüber abgerutscht ist. Das heißt, wenn wir jetzt hier ein Kind gehabt hätten, da wäre vielleicht auch innen drin irgendwas an Organen kaputt gegangen. Genau. Schwere Verletzungen. Das heißt für mich jetzt, naja, ein Kind sollte nie ohne Kindersitz auf dem Sitz sitzen. Richtig. Ganz genau. Weil dieser Gurt passt für Erwachsene, aber er passt nicht für Kinder. Deswegen brauchen Kinder unbedingt einen Kindersitz oder mindestens eine Sitzerhöhung, damit dieser Gurt auch passen kann. Denn alles, was passieren kann, seht ihr hier noch einmal ganz langsam in Zeitlupe. Der nicht angeschmallte Dummy fliegt mit voller Wucht durch das Auto und breit gegen die Windschutzscheibe. Aber auch ein Erwachsener kann sich nicht mehr festhalten. So ist es richtig. Der Dummy sitzt in einem Kindersitz, der mit einem Gurt richtig befestigt ist. So gibt es zwar einen ganz schön starken Stoß, aber euch wird nichts weiter passieren. Ganz kleine Kinder werden in so einer Babyschale transportiert. Genau. Und größere Kinder, wie die Rosana, die sitzen dann in so einem Kindersitz. Kindersitz, genau. Es gibt für verschiedene Altersklassen verschiedene Kindersitze, damit das Kind immer optimal geschützt wird. Jeder Sitz passt dann. Und man sieht das also hier, was er tun muss, der Kindersitz. Er muss nämlich den Gurt sauber führen. Man sieht das hier, schön über das Schlüsselbein, nicht über die Schulter, auch nicht am Hals. Und er muss am Becken schön flach aufliegen. Was heißt denn am Becken? Am Becken, das ist der Knochen. Ich habe hier mal ein Modell davon. Das ist der Knochen, der da drin ist und wo dann hier unten auch die Beine dranhängen bei dir, Rosana. Und hier ist die Wirbelsäule. Das ist der Beckenknochen. Und bei dir liegt jetzt der Gurt schön flach hier vor, sodass er hier dran hängen bleibt. Und nicht eben wie bei dem Crashtest, da man dann in den Bauch rein drückt. Genau. Da lag er hier irgendwo und ist dann hier in den Bauch reinmaschiert. Weil dann gibt es richtig schwere innere Verletzungen. An den Organen, genau. So ist das. Wie viele Kräfte wirken da eigentlich, wenn man jetzt mit 30 kmh gegen die Wand donnert? Was muss der Körper da aushalten? Ja, er muss ungefähr 17 Mal sein Eigengewicht aushalten bei so einem Unfall. 17 Mal sein Eigengewicht, wenn du Liegestütze machst, du hast 17 Mal dich noch auf dem Rücken. Das muss er aushalten können. Willi, wie geht's dir? Das ist so schwer. Echt? Und das jetzt 17 Mal oder was? 17 Mal. Das ist nur einer bis jetzt. Okay, soll ich wieder runternehmen? Okay. Das heißt, das Festhalten geht wirklich nicht. Das kann nur so ein Gurt leisten. Geht überhaupt nicht. So ist es. Man muss einen Sicherheitsgurt haben und er muss auch richtig liegen. Denn nur diese Knochen, nicht der Bauch, können diese Kräfte aufnehmen. Wie lange muss ein Kind im Kindersitz sitzen? Grundsätzlich sagt das Gesetz bis 12 Jahre oder 1,50 Meter. 1,50 Meter deswegen, weil dann das Becken so groß ist, dass es auch ohne Sitzerhöhung schon funktioniert, dass der Gurt da richtig liegt. Da müssen wir jetzt noch vier Jahre warten. Bei der Rosanna, ja. Ja, weil die ist erst acht. Richtig. Danke, Carsten. Gerne, Rosanna. Danke sage ich dir auch. Gerne, Willi. Und die vier wichtigsten Sachen, die ich von dir gelernt habe, die sage ich auch jetzt euch. Also im Auto immer dran denken, anschnallen. Immer im Kindersitz und natürlich der Gurt, der soll immer gut anlegen und auch straff sein. Und was ist das Viertel? Achso, ihr sollt natürlich auch darauf achten, dass sie da eure Eltern anschnallen. Also, packen wir's, oder? Ja, ich glaube ich ist erst mehr als Christmas. Sorry. Ich bin der Vierge etwas levierter. Das war's. Ich bin der Klage. Ich bin der Klage. Ich habe die Bremse übergebrochen. Ich bin der Klage. Ich bin der Klage. Und das tuyben, mit dem Omar. Jagie ihn zuerst. Ich bin der Klage. Erste, mir ist das zu früh. Ich bin der Klage. Untertitelung des ZDF für funk, 2017